Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Halfcourt, dem Basketballmagazin, wo wir sowohl über den deutschen Basketball als auch über die NBA reden. Heute darf ich euch exklusiv zur ersten NBA Playoff-Update-Folge begrüßen, wo ich einige echte NBA-Expertinnen und Experten eingeladen habe, die sich gleich dazu schalten werden. Bevor das Video losgeht, dickes Shoutout an unseren neuen Partner und Sponsor Kix. Wenn ihr Bock auf coole Basketballklamotten habt, dann ist Kix ein absolutes Muss. Gehört einfach zu Basketballdeutschland. Checkt den Link in der Beschreibung aus. Dort ist auch ein Code, nämlich der Code SPONDEN10, mit dem ihr satte 10% Rabatt bekommt. Unter anderem bekommt ihr auch dieses nice Shirt, ungelogen. Ich habe das jetzt seit, ich glaube, drei Tagen in Folge an. Kann man zum Sport tragen, kann man auch zu etwas seriöseren Anlässen tragen. Mega, mega cool. Also das ist so mein Go-To-Shirt für diesen Sommer. Also Kix unbedingt abchecken. Ja, ich habe heute den Vorteil, es mir ein bisschen bequem zu machen, weil ich muss heute gar nicht so viel reden. Wie gesagt, wir haben einige interessante Gäste hier in der Folge, die das Ganze dann einfach für mich übernehmen werden. Das ist auch mal eine ganz coole Situation. Die NBA Playoffs. Ja, wir befinden uns in Runde 2 und es ist bereits Unfassbares passiert. Die Milwaukee Bucks, wir sind einfach mal raus. Und das macht die ganze Konstellation umso spannender. Die anderen Teams wissen, ey, der Top-Favorit oder einer der Top-Favoriten ist raus. In diesem Jahr ist wirklich was drin. Aber bevor es dann in die Conference Finals geht, müssen die Teams erstmal Runde 2 der Playoffs überstehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, werden wir einfach mit unseren Gästen jede Serie einmal genau unter die Lupe nehmen, für euch analysieren. Nach dem Video habt ihr also nicht nur einen optimalen Überblick über die jetzigen NBA Playoffs, sondern habt eventuell auch eine kleine Prediction, wer in die Finals einziehen könnte. Und wer weiß, vielleicht sogar, wer am Ende des Tages dann NBA Champion 2023 wird. Ihr habt das sicherlich mitbekommen. Die Neuauflage, könnten wir das Neuauflage nennen, der 2016er Finals. So ein bisschen in Anführungsstrichen LeBron James gegen Stephen Curry. Ihr erinnert euch sicherlich noch an das Jahr, in dem die Cavs NBA Champion wurden. Ja, ein Spiel für die Ewigkeit. Und ja, jetzt treffen die beiden Giganten wieder aufeinander. Stephen Curry mit einer Wahnsinns-Performance in Game 7 gegen die Sacramento Kings. Und ja, es scheint so, als wären die Golden State Warriors wieder bei alter Stärke. Ebenso wie die LA Lakers. Ja, es ist aktuell schwierig, die Lakers einzuschätzen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es A, eine unfassbare Serie wird. Und B, dass da auch wirklich alles drin ist. Ja, Warriors vielleicht leicht favorisiert. Keine Ahnung, ich kann es euch nicht beantworten. Das wäre so mein erster Impuls. Aber wer könnte euch besseren Input zu dieser Serie, zu den einzelnen Akteuren geben, als die NBA-Expertin schlechthin, Aurelia Rieke. Ich muss sagen, zum einen freue ich mich natürlich, dass Aurelia jetzt gleich zugeschaltet ist. Übrigens aus dem Hotel in den USA. Und dadurch, dass Aurelia eigentlich bei allen Spielen akkreditiert ist, hat sie die Möglichkeit, auch mal mit LeBron James oder Stephen Curry im Locker-Room zu chillen. Ey, wer kann das denn nicht von sich behaupten? Klar. Ich bin überhaupt nicht neidisch an dieser Stelle. Null. Aber schauen wir mal rein, was Aurelia uns zu sagen hat. Lakers gegen Warriors. Meine Prediction für die zweite Playoff-Runde. Lakers gegen Warriors. LeBron gegen Steph Curry. 38 gegen 35 Jahre. Viele sagen, es ist dis-match-up zwischen den beiden. Aber ist es das wirklich? Ja, weil, ey, für die Lakers, es ist immer die Frage, ne? Viele sagen, boah, wir haben LeBron. LeBron wird ein anderer LeBron sein in den Playoffs. Aber wird er das? Kann er das? Es war tatsächlich live vor Ort. Game 7. Kings gegen Warriors. Wir haben gesehen, was einfach noch möglich ist, was Steph Curry da abreißt. Es ist unfassbar. Hey, Leute, ich bin so hyped auf diese Serie. Es wird so wild. Ich dachte schon, ey, Warriors, Kings, oh mein Gott, bis zum Game 7. Was glaubt ihr, wie viele Games werden wir jetzt in der Serie sehen? 434 Spiele in der Regular Season wurden schon gespielt zwischen Lakers und Warriors. Und es waren 261, haben die Lakers bisher immer gewonnen. Also doch nochmal deutlich mehr. Ich muss ja sagen, wie gesagt, sonst nicht der größte Lakers-Fan gewesen. Aber ey, ich hatte echt die Freude, viel auf dem Locker-Room mit den Jungs zu sein. Es ist ein geiles Team. Es ist ein komplett anderes Lakers-Team, wie wir es sonst so kennen. Und ich habe Bock drauf. Aber am Ende des Tages, ich bin schon so ein kleiner Warriors-Sympathisant. Warriors, ich will ja immer noch, dass sie sagen können, okay, die schaffen es auch hier, direkt back-to-back nochmal hier Championship rauszuhauen. Was brauchen wir? I don't know. Ich bin gespannt. Was sagt ihr? Vielen, vielen Dank, Aurelia. Ohne Witz. Ich war im ersten Moment, das gebe ich hier offen und ehrlich zu, ich war im ersten Moment ein wenig traurig, dass die Kings es nicht gepackt haben in die nächste Runde. Aber mittlerweile sind meine Gedanken dahingehend so ein bisschen geswitcht. Eigentlich ist es doch genau das, was wir als Basketball-Fans sehen wollen. Warriors gegen Lakers, LeBron gegen Curry. Vor allem, weil beide Teams einfach sehr, sehr schwer einzuschätzen sind. Es war eben sowohl bei den Warriors als auch bei den Lakers bei weiten Strecken keine gute Saison. Und das macht die Sache wahrscheinlich nochmal umso spannender, weil jetzt beide auch eben in diesem Playoff-Modus geschaltet sind. Wenn das Video online ist, ja, ist Spiel 1 schon gespielt. Aber ganz ehrlich, Spiel 1 ist meistens sowieso nicht so aussagekräftig. Deshalb, ja, genießen wir einfach diese Serie und die Chance, LeBron und Curry nochmal im direkten Duell in einer Playoff-Serie zu sehen. Bleiben wir am besten und sprechen über die Serie der Denver Nuggets gegen die Phoenix Suns. Zum jetzigen Zeitpunkt, also zum Zeitpunkt dieses Videos, steht es 2 zu 0 für die Nuggets schon ein wenig überraschend. Ist auch irgendwo ein bisschen komisch, dass ich jetzt von einer Überraschung rede, weil die Denver Nuggets waren das beste Team nach der Regular Season in der Western Conference. Aber viele waren dann doch skeptisch, ob die Nuggets es schaffen, diese Leistung auch in den Playoffs abzurufen. Und die Antwort lautet aktuell, ja, die Nuggets sind Stand jetzt eines der konstantesten Teams in den Playoffs. Also ganz ehrlich, dass sie so souverän auch die Timberwolves schlagen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja, bei den Timberwolves, da gab es intern viele Probleme, aber auf dem Papier haben auch die T-Wolves eine echt starke Truppe. Deswegen, ja, Hut ab vor den Denver Nuggets. Ist das vielleicht ein Fehler, dass wir uns zu sehr auf Philly, auf Boston, auf die Suns, Warriors und Lakers fokussieren und Denver so ein bisschen unterm Radar bleibt? Ist das vielleicht die Riesenchance für die Nuggets in dieser Saison? Dazu kann euch Len Werle ein wenig mehr verraten. Ja, die Serie der Denver Nuggets, der Number One Seat gegen die Phoenix Suns, der Number Four Seat, ist auf jeden Fall extrem spannend und wurde ja als richtungsweisend wahrscheinlich prognostiziert für den weiteren Verlauf der Playoffs, insbesondere im Westen. Wenn ihr mich vor der Serie gefragt hättet, hätte ich echt gesagt, ja, die Phoenix Suns sind für mich Favorit und gehen in sechs, vielleicht sieben, aber eher sechs durch. Ja, zwei Spiele später sind wir schlauer und wie so oft kommt alles anders, als man denkt, vor allem in diesen Playoffs, die ja bislang wirklich komplett wild sind, sind wir ehrlich. Die Midrange-Monster funktionieren nicht ganz so gut, wie wir erwarten. Vor allem aber auch Kevin Durant in Game 2, eine Enttäuschung gewesen, muss man so sagen, nachdem er auch nicht so oft gefunden wurde in den Spielen zuvor. Aber das Lob gebührt eigentlich den Denver Nuggets. Zum einen die Defense, die überragend spielt, auch gegen KD oder insbesondere gegen KD mit Aaron Gordon, auch Bruce Brown, der von der Bank einen überragenden Job macht. Nikola Jokic, was will man zu ihm noch sagen, er ist der zweifache MVP. Ja, Jokic momentan und vor allem halt auch in Game 2 überragend. Man sieht einfach, ja, er forciert es jetzt mehr, vor allem in Game 2, als Murray ein bisschen in der Auswahl war, vor allem offensiv. Jokic forciert, Jokic nimmt, Jokic kreiert, es ist der Wahnsinn. DeAndre Ayton tut einem manchmal leid, wobei er auch sehr passiv an die Sache rangeht, vor allem auch in Game 1 am Brett. Viel zu passiv, er lässt Jokic walten und schalten und seinen Platz. Es ist ein undankbares Matchup für die Phoenix Suns, wie mir scheint, auch wenn ich das irgendwie anders prognostiziert hätte. Aber wie ich es ja schon gesagt habe, diese Playoffs sind sowieso verrückt. Das große Problem ist und bleibt die Tiefe. Die ist verloren gegangen durch den Kevin Durant-Trade. Natürlich musst du auch abgeben, um so einen Spieler zu bekommen. Jetzt hast du den, ich sag mal, besten Spieler der Welt für mich. Aber du hast eben Tiefe verloren. Von der Bank ist da fast nichts Brauchbares, muss man wirklich auch sagen, insbesondere in den Playoffs. Die Denver Nuggets sind deutlich tiefer, haben eine bessere Rotation, würde ich mal sagen. Und ich glaube, das ist auch genau der Schlüssel, warum ich meinen Tipp so hingehend ändere, dass die Nuggets das in sechs, je nach Chris Paul, vielleicht sogar in fünf über die Bühne bringen. Das kommt eben noch dazu. Chris Paul oder allgemein die Verletzungsanfälligkeit der Phoenix Suns ist ja leider nichts Neues. Kevin Rand ist ja auch erst wieder von der Verletzung zurückgekommen vor den Playoffs. Booker hat einige Spiele verpasst in der Saison und Chris Paul ist eben nicht mehr der Chris Paul, der er mal war. A, altersbedingt und B, auch so. Aber man hat gesehen, als er raus musste mit seiner Verletzung in Game 2, war das fast wie ein Bruch im Spiel der Denver Nuggets. Aus diesem Grund, ohne Chris Paul wird es schwer, weil er eben halt doch mit seiner Präsenz erzieht die Matchups. Er sieht vor allem auch Lösungen, auch wenn er nicht so in Erscheinung tritt wie früher, ist er dennoch ein wichtiges Piece in der Rotation und einer der wichtigen Krierer für Kevin Rand und für Devin Booker, die auch mal anfangen müssen, wahrscheinlich jetzt so langsam von drei zu werfen oder mal zum Korb zu ziehen. Es ist immer nur diese Midrange. Beides Midrange-Götter, Midrange-Monster. Aber wenn der das eben mal nicht fällt, dann sind sie beide eigentlich auch stark genug, um eben auch mal zum Korb zu ziehen oder eine Drei zu nehmen. Ich muss sagen, auch wenn ich mich insgeheim schon ein bisschen auf vielleicht mögliche Conference Finals Kevin Rand gegen Stephen Curry gefreut habe, gut, die andere Serie, die ist ja auch noch nicht durch, beziehungsweise da ist noch gar nichts entschieden, hier auch nicht. Aber mir fehlt momentan der Glaube, dass die Phoenix Suns sich erholen, davon zurückschlagen können und die Denver Nuggets in wie vielen Spielen auch immer schlagen. Das wiederum bedeutet wahrscheinlich auch, dass es genau anders kommt, also dass die Denver Nuggets die Serie verlieren werden, weil in diesen Playoffs weiß man nie. Ich habe schon so viele Tipps über den Haufen geworfen und du setzt dich an eine Prognose, du setzt dich an einen Matchup und eigentlich bist du zufrieden mit deiner Evaluation, aber es kommt anders, als man denkt. Das macht genau diese Playoffs aus. Es bleibt brutal spannend. Man weiß nicht, was passiert, wie es passiert und wann es passiert. Und deshalb lieben wir es. Viel Spaß euch weiterhin. Ja, vielen, vielen Dank, Len. Ich bin natürlich auch unfassbar gespannt, ob sich das Blatt möglicherweise jetzt, wenn es nach Arizona geht, nach Phoenix wendet. Ich bin skeptisch und ganz ehrlich, die Phoenix Suns stehen schon sehr unter Druck, weil sie wissen auch, wenn es in diesem Jahr wieder nicht klappen sollte, ja, dann wird es eine komplizierte Free Agency bzw. dann stehen, glaube ich, für die nächste Saison umso mehr Fragezeichen in der Franchise. Aber ja, da sind wir noch nicht und wenn du einen Kevin Durant und einen Devin Booker in deinen eigenen Reihen hast, dann ist bis zum Schluss alles möglich. Gehen wir in den Osten, in die Eastern Conference und sprechen über die Paarung zwischen den Miami Heat und den New York Knicks, wo die Miami Heat das Auftaktspiel gegen die Knicks gewonnen haben, aber ja, natürlich schlechte Nachrichten. Ihr habt es mitbekommen, Jimmy Butler ist verletzt. Sein Knöchel soll aktuell einem Baseball ähneln. Das sind natürlich alles andere als gute Aussichten jetzt für die kommenden Spiele, wobei Jimmy Butler ein absoluter Cyborg ist. Ja, weiß ich nicht, ob man nicht in Zukunft so einen separaten Award nochmal für die Playoffs einführen sollte oder ja, einen Playoff-MVP. Ich glaube, Jimmy Butler würde ihn sich jedes Jahr holen. Sie haben einfach die Bugs rausgehauen. Ich komme immer noch nicht wirklich drauf klar. Natürlich, Janis war verletzt und möglicherweise wäre die Serie dann auch anders verlaufen. Aber auch bei den Miami Heat fehlt Tyler Hero. Also nix als Respekt. Ja, und jetzt geht es gegen den Nix, den Anführungsstrichen Underdog gegen die New York Knicks. Das hatte auch keiner auf dem Zettel, dass sie dann letzten Endes so souverän die Cleveland Cavaliers bezwingen. Also für mich war das schon eine relativ ausgeglichene Serie im Vorfeld, aber ich war mir doch sicher, dass die Cavs das dann spätestens in sechs oder maximal in sieben Spielen über die Bühne bringen. Und ja, jetzt sehen wir eben die New York Knicks in den Eastern Conference Semifinals. Ja, und um hier eine objektive Analyse zum Matchup zu bekommen, habe ich den Philipp eingeladen. Grüß dich, Philipp. Grüßt euch. Ich bin der Philipp, Gründer von Court Community, Host bei Sidelines, Host bei NBA Celebrates und so weiter. Und ich habe die Ehre, euch heute die Serie New York Knicks gegen die Miami Heat vorzustellen. Ich versuche das Ganze objektiv zu machen. Und objektiv ist auch ein gutes Stichwort. Deswegen, Moment. So. New York in vier. Nee, im Ernst. Also trotz meiner offensichtlichen Liebe zu New York kann ich mir nur schwer vorstellen, dass Miami die Serie holt. Klar, sie haben jetzt Spiel eins gewonnen. Aber ist auch klar, wenn du ein Spiel abgeben kannst in der Sieben-Spieler-Serie, dann ist es halt das erste Spiel. New York ist natürlich jetzt gezwungen, das zweite Spiel im Garten zu gewinnen. Weil wenn du halt mit 0-2 nach Miami fährst, dann wird es wirklich schwer. Aber es muss einfach so viel richtig laufen für Miami. Genauso wie in der Milwaukee-Serie. In der Milwaukee-Serie war Janis verletzt. Dann haben alle Rollenspieler über 40 Prozent ihrer Dreier getroffen. Dann hat Jimmy Butler, wir haben es alle gesehen, den Playoff-Button gefunden und ist komplett ausgerastet. Er wird nicht nochmal einen Franchise-Rekord aufs Parkett legen. Und auf der anderen Seite haben wir die Defense der Knicks, die halt eigentlich genau jeden Spielertypen verteidigen kann, den die Miami Heat haben. Und ja, wir haben dann auch leider gesehen im ersten Spiel, dass sich Jimmy Butler verletzt hat. Wir hoffen natürlich alle und auch ich als Knicks, wenn hofft das, weil ich will natürlich auch gegen die bestbesetzten Miami gewinnen. Dass bei Jimmy Buckets nichts Schlimmeres dabei rausgekommen ist. Und ja, wir werden es sehen. Wenn Jimmy Buckets raus ist, dann ist die Serie sowieso schon durch. Aber hoffen wir mal das Beste, wenn Jimmy Butler auf dem Parkett steht, dann ist eigentlich das Einzige, was du machen kannst und musst, ist ihn doppeln. Das hat Budenholzer und die Bucks haben es verpasst. Das ist die perfekte Blaupause, um daraus zu lernen für die Knicks. Deswegen, du musst ihn doppeln. Du musst ihn versuchen, aus der Midrange rauszuhalten. Stell ihn an die Dreierlinie. Er ist kein Shooter, er ist keine Microwave, er wird an der Dreierlinie nicht heiß werden. Und er ist der Schlüsselspieler, den du halt abstellen musst. Deswegen, für mich liegt sehr, sehr viel auf New York Seite. Ich habe versucht, die Brille abzulegen. Ich hoffe, es hat geklappt. Wie gesagt, du musst jetzt das nächste Spiel holen. Du wirst ein Spiel noch verlieren gegen die Miami Heat, das ist auch klar. Deswegen sage ich, das Spiel geht in eine Sechs-Spiele-Serie. New York 4, Miami 2. Aber egal, für welche Franchise man das hält, es wird auf jeden Fall eine geile Serie. Wir werden viel Spaß haben, es wird spannend. Und man muss sich einfach die Nächte um die Ohren schlagen. Das heißt, viel Spaß bei New York Knicks gegen Miami Heat. Peace! Ja, vielen Dank, Philipp A. Ich kann mir so gut vorstellen, dass dein New York Knicks Herz gerade höher schlägt. Aber nein, jetzt mal Spaß beiseite. Das war aus meiner Sicht eine sehr objektive Analyse. Und ich finde, ja, letzten Endes hast du vollkommen recht. Es steht und fällt mit Jimmy Butler, wobei, keine Ahnung, ich kann mir sogar vorstellen, dass wir Jimmy Butler in den nächsten Spielen ja noch sehen werden. Vielleicht so ein bisschen Scotty Pippen-like. Erinnert ihr euch damals als Pippen mehr oder weniger, kann man ja auch in der Last Dance-Doku sehen, wo er mehr oder weniger mit einem Bandscheibenvorfall gespielt hat. Und eigentlich auch gar nicht mehr spielfähig war, weil sie ihn trotzdem aufgestellt haben. So ein bisschen als Decoy, also so als Trick. Ja, damit die Defense der Utah Jazz in dem Fall, er sich trotzdem auf ihn einstellen muss. Ob das dann so aufgeht, keine Ahnung. Aber stellt euch mal vor, die Knicks in den Conference Finals. Ich bin ganz ehrlich, so für den Narrativ hätte ich schon Bock auf den Madison Square Garden in den Conference Finals. Aber ich würde es auch dem Miami-D-Extrem gönnen. Deshalb warten wir mal ab, was uns diese Megaserie noch zu bieten hat. Und last but not least, die Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers. Ja, was war das bitte für ein Spiel 1? James Punkt, 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 Harden. Unfassbar der Typ. 45 Punkte ohne Witz. Das war der Prime James Harden aus der Houston Rockets-Zeit. Wenn es einen Spieler gibt, der in den Spielen mal Alleingang gewinnen kann, war das zur damaligen Zeit bei den Houston Rockets James Harden. Das System bei den Rockets war damals natürlich auch maßgeschneidert für ihn. Aber das habe ich einfach selten erlebt, dass ein Spieler auf die Art und Weise eben ja ein Spiel in die Hand nimmt und dominiert. Und genau das haben wir in Spiel 1 gesehen. Und umso gespannter bin ich jetzt, was uns Boston-Experte Lino jetzt zu diesem Matchup zu sagen hat. Was geht Fabrice? Was geht Spontent? Ich freue mich hier, meine Preview abgeben zu dürfen für die Serie in der zweiten Runde im Osten Celtics gegen die Philadelphia 76ers. Und klar, die erste Sache, die natürlich angesprochen werden muss, ist die Gesundheit beziehungsweise der Status von Joel Impede, dem kommenden MVP. Da bin ich mir relativ sicher. Wird wahrscheinlich demnächst angekündigt werden. Und full disclosure, ich nehme dieses Video jetzt gerade auf, bereits nach dem ersten Spiel, wo es ein massives Upset gegeben hat von den Philadelphia 76ers in Boston im ersten Spiel. Eigentlich nicht für möglich gehalten. Und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen schlickig gerade, weil die Celtics das auf jeden Fall hätten holen müssen. Und das so ein bisschen eine Fortsetzung ist der Struggles, die sie auch schon in der Crunch-Time in der ersten Serie gegen die Atlanta Hawks hatten. Aber na gut, Thema Nummer 1 bleibt trotzdem die Gesundheit von Joel Impede. Im ersten Spiel war er jetzt nicht dabei. Im zweiten kann ich mir eigentlich nichts anderes vorstellen, als dass er da auch noch aussetzen wird. Und dann wird er wahrscheinlich in diese Serie erst eingreifen. Infile dafür dann zu Spiel 3 frühestens. Davon würde ich jetzt einfach mal ausgehen. Embiid hatte ja oft die Frage, ob es sich bei diesem Match-Up um eine Rivalität handelt. Schon gesagt, nope, they always kick our asses. Insofern könne man nicht wirklich von einer Rivalität sprechen. Der nächste Punkt auf Sixer-Seite wäre für mich gewesen, wie sieht es derzeit mit James Harden aus? Denn in der ersten Runde gegen die Nets sah das Ganze noch nicht ganz so toll aus, muss man sagen. Beispielsweise aus dem Zweier-Bereich konnte er nicht wirklich effizient scoren. Sein Step-Back-Dreier geht immer noch relativ gut rein. Aber diese Meisterleistung im ersten Spiel jetzt gegen die Celtics hätte ich ihm nicht mehr unbedingt zugetraut. Vor vier, fünf Jahren safe. Jetzt mittlerweile eigentlich nicht mehr unbedingt. Die Celtics haben es ihm mit fragwürdiger Verteidigung, die sie auch schon in der ersten Runde zum Teil gezeigt haben, zum Teil ein bisschen leicht gemacht, muss ich sagen. Aber du musst die Dinger natürlich auch erstmal reinmachen. Und James Harden hat im ersten Spiel beispielsweise sieben Dinger reingemacht von draußen. Das heißt, ja, selbst eine Washt Harden kann nochmal ordentlich erupten, würde ich sagen. Auf der anderen Seite würde ich eigentlich auch schon ein paar Anpassungen von den Celtics erwarten. Sie haben ja eigentlich ganz gutes Personal gegen jemanden wie James Harden, nämlich Marcus Smart oder auch Derek White. Wenn wir schon dabei sind, dann wird natürlich auch die Frage sein, wenn Joel Embiid dann zurückkehrt, wie werden die Celtics sich dann in der Verteidigung anstellen? Sie haben einen Al Hoffert natürlich, der ihn ganz gut verteidigt hat in der Vergangenheit. Dazu noch einen Rob Williams, der eigentlich dafür auch ganz gut prädestiniert ist. Und dann haben sie noch eine kleinere Option in Grant Williams beispielsweise, der sich da auch mal versuchen kann über ein paar Minuten. Das ist für mich aber auch eine ganz gute Überleitung auf die Celtics Seite der Medaille. Denn wenn Jason Tatum zum Beispiel der beste Spieler dieser Serie ist, dann sehe ich die Chancen der Celtics doch ziemlich gut. Normalerweise würde ich sagen, die Chancen darauf sind gar nicht mal so hoch, denn Joel Embiid ist immerhin der MVP der Saison und war in dieser Saison absolut dominant. Während Jason Tatum in letzter Zeit dann doch ein bisschen abgebaut hat und auch in der ersten Serie, ich würde sagen, seine Höhen und Tiefen hatte. Insgesamt bleibt dann nur noch die Prediction. Und da würde ich selbst nach dieser enttäuschenden Niederlage im ersten Spiel weiterhin auf die Celtics in 6 tippen, davon ausgehend, dass Joel Embiid im dritten Spiel dann wieder zurückkommt. Und damit bin ich raus. Schöne Grüße an Fabrice und die Spontent Community. Ja, großes Dankeschön an dich, Liene. Und ich bin da bei dir. Also am Ende des Tages ist es natürlich davon abhängig, ob Joel Embiid zurückkehren wird oder nicht. Ob Harden das jetzt über mehrere Spiele abrufen kann, weiß ich nicht. Aber ausschließen möchte ich es an dieser Stelle auch nicht. Ja, einerseits könnte man natürlich sagen, okay, krass, wenn die Celtics es nicht schaffen, die 76ers ohne Embiid zu bezwingen, wie soll das dann erst mit Embiid aussehen? Aber ab dem Punkt wird die ganze Rechnerei, dieses Rumspekulieren, wird ab dem Punkt sehr, sehr kompliziert. Und es kann auch genau dann in die andere Richtung gehen. Deshalb ist es so schwierig, vorherzusagen, wie es in dieser Serie weitergeht. Spiel 2 wird sehr, sehr entscheidend sein aus meiner Sicht. Ich denke, die Celtics werden sich schon ärgern, dass jetzt Spiel 1 vielleicht, ich will nicht sagen, dass sie es leichtfertig abgegeben haben. Ja, aber mit dem Gewissen, dass eben einem Duell Embiid fehlt, musst du vielleicht dann sogar noch einen Gang hochfahren und ja, dann so ein Team der 76ers auch einfach mal dominieren. Auf der anderen Seite, ja, die 76ers haben in Runde 1 gezeigt, dass sie in diesem Jahr extrem konstant sind. Also das war für mich tatsächlich ein Stück weit überraschend, dass sie die Brooklyn Nets dann so souverän wegsweepen. Ja, und das war dann letzten Endes auch das, was den 76ers in den letzten Jahren vielleicht noch gefehlt hat. Konstanz und vor allem auch ein fitter Joel Embiid. Letzteres ist leider wieder nicht der Fall. Aber das Team wirkt, stand jetzt reifer. Und sie sind, sie sind ungeschlagen bis jetzt in den Playoffs. Und sie haben auch in der letzten Zeit der Regular Season echt gute Leistungen gezeigt. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie irgendwie nicht mehr so unter Druck stehen. Also dass sie sich auch vielleicht selbst nicht mehr so einen Druck machen. Und ja, man darf auch nicht vergessen, der Kern der Mannschaft, der ist jetzt schon relativ lange zusammen. Also auch ein großer Vorteil. Kann man bei den Celtics natürlich genauso sagen. Deswegen ist diese Serie natürlich nicht nach Spiel 1 schon entschieden. Ich glaube, ja, das hat schon das Potenzial, über sieben Spiele zu gehen. Und ja, dann ist auch alles gesagt, Leute. Viel Spaß beim NBA gucken. Wir werden uns definitiv nochmal zu einem Playoff-Update melden. Checkt Kicks aus, das ist ganz so wichtig. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.